hey Leute willkommen zurück zu let's play a voice online ja ich bin noch 119 Klömer grad diesen oder und das ist halt ein bisschen laut und ja auch hoffen wir mal dass ich lebhaft bin oder nicht nach den wo ich weiß nicht das ist ja so nice so noch ein bisschen zu klopfen und zuletzt so wollen dann bin ich erlaubt ob von den so nur die selbe Scheiße und das ist ein bisschen und mit Prozent Köln ein und um nur still unter um so und noch mal das ist jetzt Jocke Lapps Köln das nicht so und Dingens wo jetzt noch herbekommen bis in Rüstung nichts getroffen und es regnet schon wieder oh nein bitte gleich nicht in meinen Kopf das war mir so laut was möchte ich auch nicht glauben Master Builders ja 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 sehr gesprächlich gerade sorry was kann ich gerade sagen ich mache One Touch Akku eh 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 okay danke da sind wir 120 haben wir es geschafft und in der letzten Kiste müsste hier so ein hässiger Skin drin sein ja also das er wurde es nur 9 200 Axt noch wer weiß nicht brauchen ist ja nicht ne immerhin haben wir nur mal eine Hand passt ja schon so die Kiste und den Oga und dann bin ich hier drin eigentlich fertig ich Bumpen 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 bedanke mich schon mal bei bei hier hier kein Ding sagt er okay ähm der Porte ist lange die Partie Okay. der Kumpel sind mit dem Weg ist mir geht es mir die Bedeutung weil ich will das ob es nicht haben gut so zusammen nur 15 leitose ließ recht gut und sehen unter und karen schild verspürt was sie von t6 auf die fünf jungen gesetzt haben richtig gut finde es gibt sein hier vor zwölf aber manche mit ihr sechs ich mein schon hauptsache ich kann jetzt ab und sie mit stein ihm muss sie als lager und es geht's kaufen die nun wissen will die händel und karl für rüstung und ich auch fällig für sie erste Lager was hab ich für nur Rüstungen an und die Zeit zu sehen können ich mich übernehmen Lager brauche ich alles nicht mehr Lager 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 Möte ist besser die Rüstung mit Mauschmählen die Führung ich hätte nichts mit Proben demnächst bis an und vergessen die 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 Nutz geht es z um das Kind aus dem 20 20 11 14 17 und meistens genauso sie sind so teuer der ok so wie groß ist auch nicht um dies gibt es brauchen so und jetzt möchte ich schon auf dem Weg oder ich muss benutzten nächsten Part und verbessert Statt, äh, soll er vielleicht noch holen, mein Schwert. Ja, wär auch ne Idee. Ah, so viel Skills! Woah, ich hab noch die chuchuchuchuchuchuchiche zum Kopf. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht bebilden. So... Das, das und das, das brauch ich. zu das ob ich mich zum Schmied schnapp mir die Waffe was geht sich aus nur ist nur von kann auch sein dass die Waffen bei Plus Null kaputt gehen äh eins das ist irgendwas ein bisschen was kommt gar nicht aber egal das ist die 5 da hat sich eigentlich bis jetzt immer Glück ich hab schon tollen Namen für diese Folge kommt sie erst eine Woche oder so das ist ja meine letzte Folge ist für diese Woche erst mal bis die Folgen jetzt alle erstmal leer sind vom Vormozen machen sie dafür etwas länger und ab meine Rüstung halt noch also das heißt das Schwert noch den Ring und meine Hose wahrscheinlich noch auf jeden Fall nicht schlecht die der Schwerst kann ich ertragen bis kann 134 ich brauche nicht unbedingt mit der F ich bin ein Otaku R ich bin sogar ein Patienter krass wie ist total so was sehen sie so toll aus Mann 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 was ist natürlich höher gestuft wegen Damage und so meh boah nicht geklappt gerade das hat man viel geschlagen was 11 zu scheiße 2 mich geht es vielleicht immer noch plus 0 1 was 11 nur über 10 nicht schlimm und auch was ist mit der Hose er wurde zu tun und die ganzen fünf Prozent die 50 hieß was anders wollte es in die um mein Schimmenschild habe ich auch nicht abgehoben, hab ja 122er das ist ja tausendmal besser hojojo das ist richtig sieht sein soll dann weiß ich nicht weil man versteht kein Ton wenn ihr was den es wird gesagt sein soll und ich sitze ganz so schnell das ist das tun müssen wir mein Füßel ich auf Hausschuhe an als eiskalte Füße haben also Arschkalt ist und die Sitzung T-Shirt warum nicht Gönig mir jen in Kostmann gut in der Zeitung Rings und Holger Zeitlich immer lieber eben noch Prozent Erinnerung ist noch umgucken Kinesk ist auch neu wo ich noch mal gucken was das heißt ist die Skirchen St das kann ich nur die Klin die Erkunft des Kühn für Mokröckel an nicht nur jetzt können Plastik im Obiezen das Spiel zu nehmen die Lille das ist die Messer für ihn Lügel kurzdeutsch von Lille Kost Sinterpreis und Schmuten aber solche Beziehe so ein bisschen 142 die und es gibt es zwei gehen okay nicht zu gewollt bräuchte nirgends von all shops dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Platz von Horrors Online Tschüss Achja und bis nächste Woche Bye